Als Kaper-Schiff oder kurz Kaper wurde ein privates bewaffnetes Schiff bezeichnet, das zur Handelskriegsführung eingesetzt wurde und der Verstärkung des militärischen Potenzials diente. Von den Regierungen ausgestellte Kaper-Briefe ermächtigten zum Kaper-Krieg. Die Grenzen zwischen Kaper-Krieg und Piraterie wurde fließend gehandhabt. Gelegentlich wurden Piraten in Kriegszeiten als Kaperer angeworben oder Kaperer wurden in Friedenszeiten zu Piraten. Als Fahrzeuge kamen überwiegend kleinere Typen zum Einsatz. Neben regionalen Typen dienten auch Schiffe mit der Bewaffnung von Korvetten oder Fregatten. Da Kaperer als privatwirtschaftliche Kriegsunternehmen mit einer staatlichen Konzession arbeiteten, wurde der Einsatz von Menschen und Material dem erwarteten Einsatz angepasst. Deshalb konnten auch Ruderfahrzeuge mit ausschließlich Handwaffen und Überraschungsangriff, aber auch Fregatten mit starker Artilleriebewaffnung verwendet werden. Als Ziele konnten feindliche Kriegsschiffe, feindliche Handelsschiffe, neutrale Handelsschiffe, die mit dem Gegner handelten, Handelsschiffe, die Konterbande an Bord hatten und auch eigene Handelsschiffe, die Verbote unterliefen, sein. Aufgebrachte Fahrzeuge mussten umgehend offiziell angezeigt werden und wurden von der Lizenz ausgebenden Stelle, meist der Admiralität, entweder als gute Prise deklariert oder wieder freigegeben. Wurde es als Prise anerkannt, wurde Schiff und Ladung versteigert, Abgaben abgeführt und der Rest, je nach Vertrag, entsprechend verteilt. Durch Abenteuerfilme und Romane sind einzelne Kaper-Schiffe berühmt geworden. Zum Beispiel die Goldenhinne und die Revenge unter dem Kommando von Francis Drake oder die Confiance von Robert Zerkuf aus der Zeit der Napoleonischen Kriege. In der Geschichte der Kaper-Schifffahrt bedeutender waren die Vitalienbrüder und die Wassergeusen. In den Kriegen des 16. und 17. Jahrhunderts spielten Kaperer eine wichtige Rolle, zum Beispiel die Dünnkirchen der Kaper und ihre Gegner, die niederländischen Kaper und auf französischer Seite Jean Barth. Mit der Seerechtsdeklaration von Paris von 1856 wurde die private Kaper-Schifffahrt verboten und der Piraterie gleichgestellt. Die Blockadebrecher der Confederate States Navy des amerikanischen Bürgerkrieges, wie die Alabama, waren Kaper-Schiffe. Sie operierten zwar bereits nach dem Erlass der Deklaration von Paris, aber unter dem Schirm eines gewissen Wohlwollens von Großbritannien und Frankreich, der beiden größten Seemächte der damaligen Zeit. In taktischer und technischer Hinsicht fanden die Kaper-Schiffe in den Hilfskreuzern der beiden Weltkriege ihren Nachfolger. Im Unterschied zum privaten Kaper-Schiff unterstand die Mannschaft eines Hilfskreuzers jedoch einem militärischen Kommando und militärischer Disziplin